Hey Freunde, kommen wir zum Albtraumauftrag. Tanze bei Grim Gables, der Nobi-Hütte oder Willow Spukplatz, während du verkromt bist. Wir machen den Auftrag einmal kurz zusammen. Ihr könnt natürlich da tanzen, wo ihr wollt, aber ich empfehle euch, macht das Ganze bei der Nobi-Hütte. Als erstes landen wir hier erstmal in Reality Tree, denn dort können wir über Bodenloot bzw. Truhen oder aber auch durch Abbauen von Chromobjekten Chromschleimgranaten bekommen. Die brauchen wir zwingenderweise dazu. So, hier angekommen, bauen wir hier erstmal Chromobjekte ab für die Chromschleimgranaten. Da haben wir die dann schon. Die schnappen wir uns jetzt. Jetzt looten wir zur Sicherheit noch eine Waffe oder auch zwei Waffen. Das ist total egal, nur zur Sicherheit, denn hier könnte ein Spieler sein, so wie ihr hier seht. So, jetzt laufen wir hier geradeaus durch zum Parkplatz, denn hier sollten immer Autos stehen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, könnt ihr hier auch einfach geradeaus runterlaufen zur Tankstelle. Dort sind auch Autos. Dann markieren wir uns hier kurz einmal die Nobi-Hütte. Jetzt fahren wir hier ganz normal einfach runter. Ich empfehle euch, begebt euch hier aufs Dach, denn hier spawnen Zombie-Hühner bzw. Zombies. Hier verkromen wir uns dann kurz einmal, machen hier unseren Tanz. Zack, und damit hätten wir den Auftrag dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip. Ciao!